Mit einem Microsoft-Cloud-Konto, da sollen Windows-Nutzer viel besser und natürlich sicherer dran sein, behauptet der Konzern. Doch er verschweigt ja einiges. Nachdem diese Cloud-Konten seit Windows 11 immer mehr zur Pflicht werden, sodass ihr nicht mehr die Wahl habt, wird es Zeit, sich das Ganze genauer anzuschauen. Spoiler vorab, Microsoft erzählt euch höchstens die halbe Wahrheit. Worum genau geht es hier? Microsoft hat in den letzten Jahren immer mehr Cloud-Dienste ins Internet gestellt. Das heißt, ihr könnt dann verschiedene Sachen nutzen, die bei Microsoft im Rechenzentrum laufen, nicht mehr bei euch auf dem Computer. Da muss man sich meistens anmelden. Dafür gibt es ein zentrales Konto, nämlich das Microsoft-Konto. Auch das liegt bei dem Cloud-Anbieter, also bei Microsoft, auch den Servern. Da könnt ihr euch einmalig anmelden mit einer E-Mail-Adresse und einem Kennwort und dann sämtliche Dienste hier nutzen. Das ist zum Beispiel OneDrive, Teams, Spiele über Xbox, Microsoft 365 und so weiter. Das wurde zunehmend in Windows integriert. Seit Jahrzehnten sind unter Windows lokale Konten Standard. Das heißt, ihr registriert euch praktisch auf eurem Computer. Da ist dann niemand anders involviert. Ihr braucht kein Internet, kein Cloud, kein nichts. Schon seit einigen Jahren versucht Microsoft, das zu ändern. Man kann schon Windows 10 optional mit einem Microsoft-Konto benutzen. Das heißt, man meldet sich dann am lokalen Computer, der bei euch steht, mit einem Cloud-Konto an, wo der sich dann ins Internet verbindet. Hier wird bereits der erste große Nachteil deutlich, eine extreme und vor allem unnötige Abhängigkeit. Also ihr habt ein lokales Gerät bei euch, das ist von der Cloud abhängig und muss da immer zu Microsoft nach Hause telefonieren. Das ist technisch unnötig. Das geht auch lokal. Mit der Abhängigkeit, da steigt auch das Risiko, wenn ein Dienst eingeschränkt oder sogar eingestellt wurde. Manch einer denkt sich jetzt vielleicht, aber Microsoft ist doch so ein Riesenkonzern, die machen so viel Geld, als ob die jetzt auf einmal untergehen. Das hatten wir schon mal. Das haben sich nämlich ganz viele bei Nokia gedacht. Die waren hier zur Jahrtausendwende Nummer 1 in Europa, Marktführer bei den Handys. Jeder hatte damals ein Nokia-Handy. Die waren also ganz vorne mit dabei. Das blieben sich auch einige Jahre, bis dann die Ära der Smartphones kam und das hat Nokia komplett verpennt. Das dauert gar nicht so lang. Die damals fünftgrößte Marke der Welt hat also bloß sechs Jahre gebraucht, um von ganz oben nach fast ganz unten zu fallen. Gerade bei großen Konzernen ist man den Erfolg gewohnt. Deswegen sind die Erwartungen an Projekte sehr hoch. Wenn die nicht erfüllt werden, dann stellt man auch Projekte ein, die vielleicht ein kleineres Unternehmen noch erfolgreich weiterführen würde. Bei Microsoft hat jemand eine extra Seite gemacht, weil das so viele sind. Derzeit 181 Dienste, die schon über die Jahre eingestellt worden sind oder demnächst eingestellt werden. Und diese Liste ist auch sehr wahrscheinlich nicht abschließend. Da wird noch mehr dazukommen. Gerade bei Cloud-Diensten ist das noch einfacher, weil man die Serverseite einfach abschalten kann. Zum Beispiel Teams Classic wird eingestellt. Also eine Art Preisverhöhung für die Nutzer. Genauso hier ein Wiki in Teams. Also verschiedene Sachen, wo Microsoft sagt, die bieten wir nicht mehr an. Da hast du als Kunde Pech gehabt, wenn du das nutzt. Microsoft ist sogar so weit, dass bestimmte Projekte sogar schon mehrfach eingestellt wurden, weil man die zwischendrin wiederbelebt hat. Im Übrigen seid ihr nicht bloß bei der Einstellung abhängig, sondern die Konditionen können ja bei so einem Cloud-Dienst jederzeit sich ändern. Ganz aktuell zum Beispiel die Spieler über Xbox, kann man mittlerweile auch unter Windows nutzen. Die haben dieses Jahr schon zwei Preisverhöhungen als schöne Überraschung von Microsoft bekommen. Natürlich ist das sehr leicht, wenn man von dem System so abhängig ist, dass man schlecht und nur mit hohem Aufwand wechseln kann. Gerade zu Beginn gibt es bei Cloud-Diensten auch Log-Angebote, um euch auf den Geschmack zu bringen. Beispiel OneDrive, der Cloud-Speicherdienst, der hat anfangs gelockt mit 15 GB kostenfreiem Speicher. Ja, nachdem die Cloud boomte, sind davon heute noch mickrige 5 GB übrig. Für den Rest muss man draufzahlen. Das ist auch kein Einzelfall. Microsoft hat immenses Wachstum durch diese ganzen Abos mit Cloud-Diensten, führt hier mittlerweile auch sogar Premium-Abos ein. Das heißt, ihr habt ein Basis-Abo und da ist aber nicht alles drin, sondern für weitere Funktionen, die müsst ihr dann nochmal extra bezahlen. Das geht so weit, dass mittlerweile selbst hier schon auf Windows-Blogs hinterfragt wird. Kostenfalle Microsoft 365. Hier unten wurde das mal schön aufbereitet. Da sieht man das, was ich gerade gesagt habe, nämlich diese Zusatzfunktion, die man über extra Abos nochmal zusätzlich bezahlen muss. Das geht hier ganz schnell in die Höhe und sorgt eben für riesige Einnahmen. Da knallen die Sektkorken, weil ihr mit den Abos deutlich mehr Geld ausgebt, als eben über die klassischen Windows- und auch Office-Lizenzen. Und falls du dir nun denkst, ich mache gerne Microsoft-Reich, wenn ich schon viel zahle, dann habe ich da ja auch als Kunde einen geschätzten Status. Man kümmert sich um mich, auch da muss ich leider enttäuschen. Es gibt hier dutzende Fälle, wo Microsoft-Konten willkürlich gesperrt worden sind, wo auch der Support dann nichts wirklich tut, sondern bloß sagt, ja, Pech gehabt oder gar nicht mehr reagiert. Es wird auch nicht mitgeteilt, was konkret das Problem ist. Das habe ich sogar selbst mit einem eigens für diesen Beitrag angelegten Testkonto zu spüren bekommen. Obwohl dort nur unverfälligte Dateien hochgeladen wurden, kam auf einmal die Meldung, das Konto sei gesperrt wegen eines Verstoßes gegen den Servicevertrag. Es gibt hier verschiedene Analysen, wonach wohl das beim Upload von Fotos passieren soll, weil die in der Cloud automatisch durchleuchtet sind. Da gab es dann teilweise auch Hausdurchsuchungen, wenn da mutmaßlich illegales Material drin sein sollte. Natürlich wird alles mit KI analysiert, das ist ja fehlerbehaftet, ist ja allgemein bekannt. Und übrigens gar nicht neu, schon 2015 gab es solche Fälle, wo jemand Dateien in OneDrive hochlädt. Und das muss nicht mal illegal sein, weil zum Beispiel auch legale Pornografie bei den Cloud-Anbietern verboten ist, mit zig anderen Sachen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Das Ganze ist soweit, dass schon auf Windows-Seiten hinterfragt wird, ob die Nutzung eines Microsoft-Cloud-Kontos zum unkalkulierbaren Risiko wird, weil ja da auch mehr mit dran hängt. Also euer Windows-Login hängt da dran, ihr habt da vielleicht Daten in OneDrive, E-Mails in Outlook und noch vieles mehr. Das ist hier relativ klar mittlerweile, der hat dutzende Fälle von Betroffenen, kann jederzeit wirklich gesperrt werden. Ja, man fehlt Zugriff auf alles andere, was ich gerade erwähnt habe und eben auch diese ganzen Abos, die man da dran hängen hat. Das heißt, wenn man da zum Beispiel Spiele gekauft hat, hat man jetzt ein Problem. Der sagt hier also in einem Account von einem Opfer, der hat hier Spiele im Wert von 2.000 Euro gekauft, kann man ja über Xbox dann kaufen bei Microsoft. Das wurde einfach gesperrt, ohne Angabe von Gründen. Der Support hat nie reagiert. Und ihr seht hier, das ist Dr. Windows, jemand, der seit Jahrzehnten Microsoft-Technik nutzt und dem Konzern wohlwollend gesonnen ist. Der sagt hier, es ist schon sehr diplomatisch und untertreibend, wenn man diese Support-Prozesse für Privatkunden mit Amateurhaft bezeichnet. Und dieser Fall alleine zeigt schon, wie kaputt die Support-Prozesse bei Microsoft sind, wenn da irgendwas ist. Die sperren einfach und man ist auf sich alleine gestellt. Und wer jetzt immer noch naiverweise glaubt, er hat ja nichts zu befürchten, weil er nichts zu verbergen hat, Die Falschmeldungen, die sind nachweislich immer noch sehr, 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 sehr hoch. Der Artikel zeigt mal die ganz aktuellen Fehlerquoten. Also das Thema ist ja schon seit Jahren nicht viel besser, aber jetzt ganz aktuell von 2024. Und da sind wir auf einem erschreckenden Niveau. Die Trefferquote liegt bei etwa 50 Prozent, also in der Statistik ungefähr bei Raten. Wer auf dem Rechtsweg dagegen vorgehen möchte, der hat hoffentlich nicht nur einen langen Atem, sondern auch jede Menge Geld. Denn das ist alles hier kalkuliert. Die haben zum Beispiel ihre Datenschutzbehörde in Irland, also alles in so Ländern, die bekannt dafür sind, dass da möglichst unternehmensfreundlich reagiert wird oder am besten gar nicht. Also da habt ihr einiges vor, wenn ihr euch da mit einem der größten Konzerne der Welt anlegen wollt. Weiter geht es mit dem Schutz eurer Daten, auch wenn euer Konto nicht gelöscht oder gesperrt wird. Habt ihr ja sehr viele Daten dort liegen, vor allem wenn ihr auch noch irgendwie OneDrive benutzt oder andere Dienste. Auch da gab es schon dutzende Sicherheitsmängel. Und das ist Microsoft auch ziemlich egal. Ihr seht es hier, Azure-Schwachstelle, also Microsoft Cloud ist hier die Azure, seit März 2023 ungepatcht. Im August, also das lässt man offen stehen, da können sich dann die Banditen Tür und Türen euren Daten bedienen. Mittlerweile sage nicht nur ich das, sondern auch noch zahlreiche andere, unter anderem Regierungskreise von den USA, die stufen Microsoft zunehmend als Risiko für die nationale Sicherheit ein. Dazu kommt natürlich diese ganze Datensammelwut von Microsoft, die ist mit Cloud nochmal verschärfter. Zum einen Windows selber, aber auch die ganzen Office-Programme, die sammeln Massen an Daten. Das heißt, da steht ihr mit nackter Hose da, das landet alles bei Microsoft in der Cloud. Das wäre halb so wild, wenn man sich dafür halbwegs freiwillig entscheiden könnte. Dem ist aber leider schon lange nicht mehr so. Seit Jahren versucht ihr, Microsoft euch in die Richtung Cloud zu drängen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das noch umgehen kann, weil sie das eben für verschiedene Windows-Versionen verpflichtend gemacht haben. Da war es Windows 10 Home, später Windows 11 Home, dann kam später auch noch die Pro-Version dazu. Da kommen dann hier solche zühlichtigen Pop-Ups. Ziehen Sie einen noch größeren Nutzen aus Windows. Da werden nur die Vorteile angepriesen, aber eben nicht die Nachteile. Ging weiter bei Windows 11. Da ist Windows 11 Home schon immer mit Cloud-Zwang, also mit Cloud-Konto von Microsoft gewesen. Und später hat man es dann auch für Pro nachgezogen. Also das wird hier mit Salami-Taktik schrittweise immer weiter angezogen. Das sieht sich auch wie ein Krebsgeschwür durch alle Dienste, wo Microsoft die Finger drin hat. Zum Beispiel Minecraft, das haben die ja gekauft. Falls ihr euch bisher noch nicht zu einem Microsoft-Online-Konto hart gängeln lassen, dann lässt Microsoft keinen Weg ungenutzt. Hier gibt es verschiedene Werbemaßnahmen im Betriebssystem, dass euch hier eben alles Mögliche andreht. Hier diverse andere Werbung noch, aber eben auch von Microsoft dann für eigene Produkte, für Office, dass ihr möglichst eben so ein Cloud-Konto benutzt, plus möglichst viele Abos abschließt. Also Windows ist mittlerweile eine digitale Litfaßsäule, was Werbung angeht. Als Fazit kann man nur sagen, das Werbeversprechen, das Microsoft hier gibt, das ist und wird nicht eingehalten. Wie so oft, auch an anderen Stellen im Alltag, entpuppt sich die Werbung mindestens als Halbwahrheit oder gar als plumpe Lüge. Das hatten wir ja schon öfter, zum Beispiel hier bei Actimail, wer das noch kennt, da gab es vor einigen Jahren eine Werbung, Actimail aktiviert die Abwehrkräfte. Auch da hat man gesagt, mit uns wird alles viel besser. Trinkt nur hier unser Zucker, Wasser oder was das genau war. In der Realität war es aber einer der 30. Werbelügen des Jahres. So ähnlich ist das hier auch. Mit einem Microsoft Online-Konto in der Cloud schafft ihr noch mehr Abhängigkeit, schaut eure Privatsphäre, setzt euch und euren Daten ein erhebliches Sicherheitsrisiko aus. Und insbesondere unverschlüsselt muss man damit rechnen, dass eine künstliche Intelligenz diese Daten analysiert und angeblich auffällige Inhalte weiterleitet. Da hat jeder was zu befürchten. Meine Empfehlung ist daher, dieses Risiko nach Möglichkeit nicht einzugehen und lieber ein lokales Konto einzurichten. Wenn es überhaupt noch Windows sein muss, dann könnt ihr hier schauen. Der Konzern hat schon mehrere Möglichkeiten unbrauchbar gemacht. Ich verfolge das hier so ein bisschen und zeige dann, was noch funktioniert, wie ihr das Ganze noch umgehen könnt. Aber am Schluss hat da eben Microsoft die Hand drauf. Daher würde ich empfehlen, Windows nur da, wo es nicht anders geht. Ansonsten lieber auf freie Software umstellen. Waren euch diese Risiken bewusst? Seid ihr vielleicht deswegen auch schon auf freie Betriebssysteme umgestiegen und nutzt ihr noch Windows? Schreibt gerne mal das Ganze auf uLabs.de in das Forum oder hier in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.